so viel aktivität wir brauchen auch über den Klinik die Klinik in den Tüden einmal auf die Füße Lernlern das ist die falsche Einstellung, oder? ja, so, irgendwie ein bisschen anders sitzen, so Geschütz, packe ich neben dir, Pinata, ne? Ja. Bist du da, oder? Wo sitzt du drin, ne? Eigentlich wollte ich ja meine Murmeln mitnehmen, habe ich gesagt, ne? Och, du Scheiße. Ist auch meine mit. Der Platz war doof. Ah, ha, 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 halt noch weg. Ai, 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 ai. Ja, komm, schön mit Stecherdrohne, das ist gut. War doch ein ganz guter Tipp. Ne, ich will sie kaputt reden. Aber da stehst du unter Strom, ne? Ah, ich muss mein, ne, mein Geschütz tauschen gegen die Murmeln. Ja, die machen, die machen ordentlich Bums. Die machen echt Bums. Die machen echt Bums. Ich hab Bock kurz und kein Platz mehr. Und du hast ja auch nur links und rechts, wo du dich hinter deine Maul setzen kannst, ne? Das andere ist alles. Ja, links und rechts. Links ist besetzt. Rechts jetzt auch. Das, das meinte ich mit dem Platz zum Anfang, weißt. Weil hier sehe ich... Hat er mich doch noch getroffen? Ich bleib mal kurz in Deckung. Ich muss mein Geschütz umtauschen. Gegen Murmeln. Auf jeden Fall taggert mich hier an. Jetzt kommt der zweite auch noch zu mir. Hallo, gibt's noch? Was? Hat er jetzt nicht getauscht, das Ding? So, cool. So, jetzt, ne? Jo. Gut. Ich lass meine Drohne in Ruhe. Mein Drohnenstab. Lass meine Drohne in Ruhe. Mein Drohnenstab. Aua. So, der Digge ist weg, ne? Jo. Mhm. Wunderbar. Na komm. Wow. Halten Sie die Augen offen. So weit waren wir auch schon mal, ne? Oder? Ja, so weit haben wir uns ja schon im Geschäft. Genau. Und dann kam ja das nächste und dann haben wir gesagt, oh je. Aber du darfst den vergessen, wir sind hier schon mindestens dreimal vergeckt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und der Tipp mit der Stecherdrohne und Schaden, das war richtig gut. So. Mal sehen, wie wir uns dann weiterentwickeln. Ja. Und sag ja, mit vier Mann hast du dann irgendwie verteilt sich dazu ein bisschen. Können sich nicht nur auf zwei konzentrieren, die Jungs. Ja. Ja, okay, ich mach ja nichts, aber... Nö, aber bist du auch nicht... Aber bist eine große Hilfe als Heiler. Oder als Zielscheibe. Oder so. Ja, eher als Zielscheibe. Ja, eher als Zielscheibe. Ich mach die Zielscheibe. Okay. Na, die kommen noch lieber wieder, ne? Ja. Ja, die sind jetzt von meiner Nance. Ja. Und... Na, das ist von meiner Nance. Ja. Wir werfen noch paar Murmeln. Da ist ein Dicke. Ja. Dicke ist hässlich. Oh, ey, ey, ey. Oh, ey, ey. Ich sehe einen Deck tauchen... in eine Berichtung. Der ist... Der ist mir unfroh eigentlich. Warum tust du jetzt so englisch? Eine Redsdrohne raus? Hm? Liegt eine Redsdrohne rum? Ja, eine Stecherdrohne, ja. Na, dann kommt keiner so dicht ran. Kannst du auch Abstand halten. Ja. Geht's nicht mehr. Außer dem Panzer vielleicht, ne? Der ist mir grad ein bisschen zu neu hier. Komm, auf. Der war eben gut von euch bei. Murmel. Da hat er meine Stechertrone kaputt geschossen oder was? So, noch eine hinterher hier. Murmel, Murmel. Murmel. Hat mich doch irgendeiner... Komm, hier um die Eck. Hat gerade irgendeiner angedutscht. Fremdlicherweise. Murmel. Ich sehe auch da, was rote ist, ein bisschen weiter. Ein Panzer, oder was hat er noch? Ne, jetzt nicht mehr. Oh, Panzer ist weg. Der hat sich hier schön in der Tür versteckt. Ja. Ja, der hat ihn zerstört. Ich komme ins Zug rein. Boom. Und sie stirbt. Vorschräg, so hast du sie erschrocken, siehst du? Hilfe. Ich muss weg. Ah, genau. Was habe ich gerade aufgehoben für die Murmel? Lass mal kurz gucken. Irgendwann gab es doch was Neues. Ladung in 45. Nee, da habe ich 83 drin, was ich dann... So. Bum, 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 bum. Alles in gesammelt hier. So. Jetzt sind wir schon einen Ticken weiter. Ich glaube, letztes Mal sind wir gar nicht so weit gekommen, ne? Nicht, oder? Nicht wirklich. Nee, waren wir nicht hier oben? Doch, aber wir haben hier aber einen Haufen Drohnenstöcke und einen Haufen Verpasstmaterial verbraucht. Genau, genau. Wir hatten hier Komma-Bazone. Hm, stimmt, stimmt. Oh, Mann. Da... Genau, wir waren schon oben. Da gingen uns näher die ganzen Medikits und alles aus. Super. Der macht mir das Hoffnung. Jop. Deswegen, hier musst du wirklich jedes Medikit, was kommt, an... aufnehmen. So, ich hab euch mal schön im Rücken geschossen. Ich war mal so frei. Ja, hat ein bisschen gepikert. Schuld auf. Ich weiß es nicht. Eine kleine Rückmassage. Oh, boing. Hauptsache, Muni. Ja. Oben, zwei links, zwei recht. Genau. Ich geh mal auf rechten Seite. Okay, nimm's ab wie nur mit. Jop. Bleibst du hier? Mhm. Geh ich an die Händelgetür? Ja, guck raus. Keiner Vogel fliegt. Hahaha. Ich geh mal auf zu schießen, sonst kommt er gar nicht mehr raus. Geht doch. Ich denkst du den scheiß Insektentippkisch. Rutsch nicht so allzu weit vor, ich glaub die kommen da hinten auch nochmal raus. Wo ist denn hier der Impuls gewesen? Im Wasser, wa? Im Wasser, ja. Na toll. Jetzt ist er weg. Gut. Einer sitzt nach oben. Zwei. Jo, ich seh. Aber ich kann die nicht anvisieren. Schade. Es sind zwei... Was? Ja. Unkreuz-Typen. Naja. Komm, zeig dich doch endlich, Mensch. Mann, die sieht's ja auch nicht, ne? Von hier, das ist ja gut. Blöde. Granate weg. Beide down. Gut. Gut. Schnell weg. Waaah. Komm hier! Schwach. Ja! Waaah. Wooaaah! turf park! precipitats! Ist mein Drohnenstock schon wieder kaputt? Ach, der sitzt jetzt da oben. Na, okay. Okay, okay. Gut, ich bin dicker rein. Fuh wieder. Ja. Na, 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 na. Oh, kommt noch ein Dicke. Yay. Ich vergesse auch mal wieder zwischendurch die Murmel zu werfen. Oh, Mann, 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 Mann. Fester wird getroffen. Alle Gegner fliegen hoch. Alle Gegner fliegen hoch. Genau. So, noch einer. Der ist jetzt auch weg. Der ist auch weg. Wunderbar. Das geht doch easy, oder was? Das läuft ja richtig gut. Also echt. Na, wir wollen es mal nicht beschreiten, ne? Ja. Kugellager mit 54,1% Schaden. Wird das jemand? Äh, das ist für die Murmel, ne? Ja, ja. Ne, ich glaube, da hatte ich schon. Äh, na. 54? Ja. Ne, da habe ich 59. Als niedrigsten Wert. Dann lass es die. So. Da nehme ich es gar nicht mit. Ja, so. Konzert verlegen, verkaufen. Dun, 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 dun. Alles gelootet, alles ingesammelt. Alle draufgefüllt, ja. Ach mein, tören Sie mal bitte. So. Kommen die jetzt eigentlich auch wieder von hinten raus? Äh, ja. Ach. Ups. Au. Wo bin ich denn denn? Ich bin um Entdeckung. So, gleich nochmal einen hinterherwerfen. Der Hund ist hoch. Der Hund ist böse. Ja. Der tut weh. Ja, der ist ja völlig weg. Die Unterstützung. Ja. Dann lockert mich doch einer von der Seite an hier. Oh Gott. Das ist noch so, Brudok. Ach, noch ein Hund. Ach, da hinten. Ah. Ah, Granate ist klar. Granate. Granate. Diesmal nicht. Nicht zweimal. Jetzt kommen wir zu dir. Uh. Na klar. Ja, ist fast weg, ne? Danke. Oh. Ey. Wo kam der denn her auf einmal? Tür auf, Tür zu. Au, der, alter. Der war ja auch gleich neben mir auf einmal eben. Ja, ja. Au. Ich bin down. Das hier. Weg, weg. Oh. Was hast du, Rami? Sucher-Mine raus. Komm. Boah. Direkt neben mir, direkt neben mir. Das war immer. Alter, bitte. Also, hier ist es gelenkig. Oh, boah, 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 boah. Kurz raus hier? Weißt schon. Weißt schon, viel Yoga, ne? Und so. Granate fliegt! Ach, Freunde. Hört doch mal auf hier. Ich bin euer Freund. Aus. Sofortige medizinische Hilfe erfolgt euch. Daumen. Agent außer Gefecht. Uiuiuiuiuiui. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Na, 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 na. Und tschüss. Boah. Boah. Ja, komm. Agent ab Boden. Ein Schuss von dem Hund, ey. Ja. Bei mir waren zwei Granaten, die ich geschossen hatte. Merci. Bidi, bidi. Nee. Murmeln hinterher. So, ich werde erst mal hier, ne? Ich will eigentlich schon lange meine Kugel weg haben. Aber irgendwie komme ich irgendwie an einen Kampf rein. Entweder einen Kampf oder, ja, cool tun. Einzubeiden. Muss ich jetzt rübersteigen. Da liegt sie. Na, komm, auf ihn. Wupp. So, jetzt kommt der gleiche Spaß noch mal von der Gegenseite, ne? Gutmöglich. Nein. Ich war gerade zahlen, da habe ich jetzt auch keinen Spaß, also auch keinen Bock drauf. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Habe ich hier keine Deckung? Doch, hier. Oh, oh. Da hat hier jemand auf den Fass geschossen. Da hat doch irgendjemand von den Anländer auf den Fass geschossen. Hund, kommt, Hund, kommt, Hund, kommt. Oh, ich stehe daneben. Toll, danke. Hund ist down. Jo. Also, achtet auch auf die Fässer, ne? Könnt ihr ja gegen die einsetzen. Meine Kugel ist überlastet. Aktives Terminal erkannt. Übertragen Sie die geborgenen Daten, dann untersuchen wir, was die Blacktasks vorhaben. Money. Oh, dieghe. Oh, dieghe. So, Daulettchen. Hm. Ow. Die Kugel ist kaputt. Sieht man ihn jetzt gerade nicht, oder was? Das muss jetzt nicht allzu weit vorne gehen, ne? Das ist vergiftet. Das ist ein Tier gesessen. Und der nächste Schwung. Zwei Hunde. Oh. Und Panzer. Oder Panzer, ja. Panzer sind es jetzt dann. Tonnen, die sind hier aufgegangen, kaputt gegangen. So, Panzer, 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 Panzer. pot Pleinen. So. Panzer durfte da unten sein, oder? Ja. Ja. Pfff. Na, versteck dich doch nicht, du WLAN-Tante. Was? Jetzt musst du aufpassen, wo du noch langläufst, weißt du? Ja, das habe ich auch gemerkt. So, erstmal Pinata hinterher, die schreit nicht, also ist der Weg frei. Warte doch immer mal, lauf nicht mehr so schnell vor, bis alle da sind, bis alle bereit sind, weil sonst löst du ja die Aktion aus und wir können uns gar nicht aufteilen. Nicht wirklich. Luftbombe fliegt! Was ist denn gerade hier? Hat irgendwo ein Störsender? Kommst du zu mir? Ich brauche gerade ein Menü drinnen, weil ich denke, ich bin eine Flugel. Danke fürs Drohnen weghalten. Mö, schön auch. So, der rechte Panzer ist down. Down, bei mir ist down. Sani läuft nach rechts. Ja. So, Sani ist weg. Genau. Kommt ein Hund von rechts, oder rechts ist ein Hund. Autsch. Au! Der war böse. Ja, in allem tun wir. Der war böse. Ich wollte gerade eine Drohne werfen. Einen Drohnenstock hier. Äh. Bevor wieder hier das Störpeil-Dings kommt, kommt er. Okay, und eins. Da, noch ein Hund. Die haben es wohl, wa? Den kriegst du nochmal hier. Gut hingeworfen. Ich glaub das war. Au! Vorsicht, Hund kommt nach links. Ich sehe. Sie unterbeschutzt! Oh! Oh! Ich muss hier mal rein. Der Hund ist down. Ich hoffe, der hinterher noch rausgeflogen. Ja, ja. Die müssen da irgendwie ein Maschine haben, zum Herstellen der Leute, junger. Der Panzer ist hier auch noch bei uns auf der rechten Seite Der ist Könnt down sein Na guck raus Na guck, einmal gucken noch Da kommen ja immer noch welche Haben die denn nicht genug? Und? Ja Da springst du Da steckt sich frisch Äh, nicht raus Und kommt nach links, ne? Hm Sehr nett Ja, so muss das sein als Highland Was ja auch völlig okay ist Also langsam kann ich mich an den Thronstock auch gewöhnen So langsam gefällt der mir Hm, hm Ach, da läuft mal einer umher Hey Irgendwas für den Thronstock gekriegt Irgendwas zum Kühldingsbumm ist So So Müssen wir ja hier erstmal in den Laptop drücken, ne? Also ich würde mal kurz reingucken, was der Mila gebracht hat für den Thronstock Du, 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 du Du, 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 du 45% Ladung in Wer das war für dich? Für den Sany? Sany? Was? Äh, was? Äh, da ist gerade einer umgefallen Aha Ich muss echt aufbeißen, wie du hinlässt Ja Vermeide die grünen Giftfolgen Ja, ist doch kein grünes Doch, doch, die roten Das sagt der Volk zu nah an der Tonne Ja So Was ist denn überhaupt hier markiert? Komisch hier Ach, da hinten hier Schießstand ist schon wieder markiert Warum auch immer Hm So, alle bereit? Fertig? Kann ich den Laptop drücken? Äh, ja Daten empfangen Hm, eine Karte des Tunnelsystems Scheinbar lagen wir richtig, was ihr Vorhaben angeht Hm Oh, schnell, 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 schnell Schweres Verwundung entdeckt Hier ist noch ein Laptop Das kann auch eine Sacki heilen Die Fässer sollten bald fertig sein Da wäre ich ja auch beinahe hops gegangen hier Hahaha Wie ist denn nicht? Nee, ich dachte, das wäre nicht Ach so, aufgefüllt haben wir Links und rechts verteilen, oder was, ne? Ja Ah Ich bleib wieder rechts Äh, ich geh nach Ich hab ein Störgerät Ach, schön für dich Vorsicht, Thron Muss man irgendwie hier wissen Hier sitzt man auch relativ Äh, hä Auf dem Präsentierter Na, so komisch Du kannst dir irgendwie keinen richtig wirklich anvisieren Wenn sie hier so umher eiern Genau, den meine ich Genau, den meine ich Ah, jetzt kommen sie hier von links Glaub ich, oder? Glaub ich, oder? Ich hab ja gesehen hier Da ist nämlich irgendeiner durchgehüpft Hm Na Na Bum, 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 bum Huch 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 Im cryptocurrencies Huch Hast du alles Määau Woh, komm dir ja Die haben sich bei mir vorbeigeschlichen, die Decke. So, aufgedeunst. Lass mich in Ruhe. So, Glaser. Holla, Leweilfeb. Wolle einfach. Das war einfach. War doch, ne? War doch alles. Hallo. Wo kann ich jetzt hier noch gehen? Wäre bestimmt bald wieder hops gegangen. Hier ist doch beim Fahrscheln noch ein Ding, ne? Eine Kiste hinter drin. Weiß ich nicht, ne? Ja, 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 ja. Ah, klar. Dann öffnen Sie mal die gute Stube. Da habe ich gemocht. Hoche Überraschungspaket war was Gutes drin. Ü-Ei. Äh, ü-Ei. Spielspann am Spaß. Ja. Dum, 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 dum. Ja, aber wie gesagt, die Stechertrone gefällt mir so langsam. Hält die erst mal so ein paar Gegner auf Abstand, wenn sie angelaufen kommen. Zum, 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 zum. Ach, müssen wir nach da? Ich stehe hier hinten. Ich denke, ja, ja. Wir können ja schon. Komm, komm, komm. Komm, komm. Äh, noch volle Ladung mit Medi-Packs. Das ist gut. Mhm. Super Klebe. Naja, komm. Nehmen wir erst mal alles mit. Fix. Sichern Sie den Bereich, Agent. Ich bleib mal hier vorne. Ich bin nach hinten. Ich komm mit. Oh, die kommen auch gleich von da und von da. Oh, hinter dir. Floh. Ich Hubschrauber, ne? Okay. Wo ist der denn? Ach da. Ah, ne, wollte ich gar nicht. Ja, letztes Jahr noch. Ja. Ach, ne, hier. Die vier, bitte. Ah, ist gleich down. Oh. Läuft die weg? Ah, ist down. Die ist weg. Ja. Ja. Na, na, na. Wo kommt die halt alle raus aus der Tür? Ja. Ja. Lecker oben, erster Stock. Na, auch hier, auch hinten aus der Tür. Mein ich. Wollte ich eigentlich noch rechtzeitig eine Murmel hinwerfen hier. Aus Fass geschossen. Oh, toll. Oh, hier ist auch ein Fass. Hier ist auch ein Fass. Geh nicht so weit. Mhm. Du siehst ja da. Du siehst ja da. Gab das bei uns? Piñata links? Ja, ich seh. Ah, jetzt schlägt er hier. Fähr rüber? Mhm, ja. Ja, ich mach auch noch mal ne Kugel. Ach, wenn geht's weg? Tududum. Pum. Na. Geht doch. Ah. Bastard. Und Shannon. Gifte. Überall Gifte, Junge. Man kann gar nicht mehr richtig laufen. Hier gibt's ja auch ne Gifte. Ich weiß doch nicht. Hier oben im Baum. Aha. Süß. Ich hab jetzt aber auch keinen zum ersten Mal gesehen. Ja. Also, das wusste ich auch nicht. Autsch. Wo ist die? Bin ja da. Da bin ich. Ja. Da gibt's was. Ei. Ja, man läuft's immer sonst. Guckt nur nach vorne. Wie ist der? Lohnt sich doch mal ein bisschen umzugucken. Muss man sich mal merken, dass da auch ne Kiste ist. Ich hab's auch noch keinen gesehen, wenn man hier in der offenen Gruppe war, dass da einer immer drauf geschossen hat. Wie gesagt, ich hab's jetzt grad zum ersten Mal gesehen. Man muss aber echt sagen, das ist aber echt eine Kunst, den riesen orangenen Fallschirm zu überziehen. Ich hab's aber auch nicht gesehen. Na, na. Ja, wenn du nicht nach hinten guckst, siehst du's nicht. Ich wollt grad sagen, ich bin die ganze Zeit in der Ecke gestanden. Was ist immer hinter mir? Ja. Da hätten wir das ja richtig hingekriegt und gleich beim ersten Mal. Ich bin ja stolz auf uns. Schon, ne? Das muss ich ja mal sagen. Das war richtig nice. Die richtigen Leute an der Seite. Ein Highlight, der auf uns auch passt. Und dann noch Frauenpower an der Seite. Siehst. Aha. Nee, ist gut gelaufen. Ja. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ja. Ja. Den Zuschauern, ne? Den Lastenbaum nach oben da. Abonniert den Kanal und ja. Ansonsten schreibt es in einen Kommentar. Empfiehlt mich weiter und dann sagen wir viermal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Bye. Ciao.